Die Frage ist, wollt ihr einen Trick auf dem Vorderrad sehen oder auf den Hinterrad? Auf dem Vorderrad! Auf dem Vorderrad, okay, dann mache ich euch jetzt einen Trick auf dem Vorderrad. Outtake! Und jetzt? Okay! Alles gut? Alles gut, alles easy, 180, really, really, durch die City, mit dem Bike, Chris Böhm ist für euch bereit!